ja liebe leute damit herzlich willkommen zu einem neuen video in train team world 2 und ihr seht schon ich schaue mir das neue addon mit der class 4 act 4 an inklusive der neuen strecke von der einlaufweite in der aktuell modernisierten variante hat sich ein bisschen was getan in der strecke denn bis anfang 20 21 sind ja noch die class 480 free unterwegs gewesen auch bekannt als die 90 48 stock und ja anfang januar ging sie außer betrieb da waren sie schon knapp über 80 jahre alt und es war mal zeit für was neues aber es ist wieder ein u-banzug unterwegs denn die class 284 es basieren auf den d78 stock die bis vor ja bis vor einigen jahren noch bei der londoner u-bahn unterwegs gewesen sind wie war rail hat dann das muss man kurz nachschauen auf meinen schulzettel das waren 226 die stock trains gekauft und bauen die jetzt um diese modernisieren die gibt es in verschiedenen varianten einerseits hier wie man es gerade hier sind als für trail gibt es als diesel batterie log diesel elektrisch und komplett batterie bin ich jetzt nicht falsch bin momentan sehen 15 13 15 züge unterwegs mehr soll noch kommen operators sind unter anderem transport for various london northwest railway railway development cooperation via rail selber mit ihrem prototyp und hat hier die island lei ok würde sagen schauen wir uns macht den modernisierten die stock train an wir fangen hier mit dem führer stand an man sieht das alte design aber es ist halt komplett modernisiert es ist ja alles de facto gemacht sondern wir haben aktuelle zugsicherungssysteme tpws und co sieht wirklich schick aus idee pendens für die türen und auch für den hilfsstrom und dann schauen wir mal hier was ist hier bereich rein da sind schon einige leute hier es ist fast nicht mehr zu erkennen der alte d7 direkt so natürlich bisschen werbung hier und auch der streckenplan ist soweit authentisch wurde mir gesagt das aber auch die werbung mit unserem netzwerk dazu braucht werbung für die steam railway das er hier gibt auf der insel ist schon cool natürlich barrierefrei kann mich jemand aufmachen ich bin mir gar nicht sicher aber ich glaube die haben hier keine platte die hier mit ausfahrt da hast du den gap kleiner fun fact man kann hier auch durch den anderen wagen hier gehen hat sie diesen button ich muss mal kurz das interface einblenden interface dankeschön es entriegelt jetzt kann ich aufmachen und kann hier durchgehen im normalen service sind die hier mit zwei wagen unterwegs es gibt auch konventionen mit vier wagen aber das ist eine ganz normale konfiguration und der normalen fahrplan sind eigentlich zwei züge unterwegs und in service sind vier garnituren so in der konfiguration also wir sind jetzt nicht mit vier wagen unterwegs aber mit zwei fahren sie am meisten und fünf sets gibt es der fünfte ist momentan spare wenn es dann richtig abgeht ansonsten sind vier regelmäßig unterwegs so viel mal zu wagen und ich würde sagen wir steigen mal ein ich werde weil sie lange einmal durchladen und von der strecke abschauen was sich da so verändert hat und ja dann wenn wir noch die class 4 act vor in verschiedenen lackierungen sehen da gibt es nämlich in workshop schon einige unter anderem mit der london underground lackierung metro rail und co also das wird noch spannend also bis gleich liebe leute so liebe leute szenario ist neu gestartet und ich würde sagen wir machen mal kurz die türen auf und wenn hier mal alle systeme hoch starten das ist optional was ich hier mache mit auch ohne die gehen die pbs macht man auch an so das machen wir kurz an general schlüssel hier mal kurz nach vorne general fault ist da aus ähm lichter ist okay ist okay cool dann innenraumbeleuchtung ah moment einmal falsch bürostandstür was mache ich denn äh fahrgastraubbeleuchtung kurz kontrollieren das sieht doch gut aus sehr gut passt machen wir hier wieder zu und machen wir jetzt sieht man einen kleinen geräuschtest machen so wir werden erst erst mal ich glaube ich nehme mal die kamera für das anfahrgeräusch langsam warum fährst du rückwärts kannst du vorwärts fahren mit dir ach so weil die rar und kaputt Entschuldigung mein Fehler ja soweit okay machen wir langsame Beschleunigung auf 45 meilen pro stunde kein schöner immergang da ja also die Audioschleife ist sehr gut zu hören wir werden das gleiche nochmal von innen machen nach dem nächsten Halt die Grundaufnahme ist schön aber die Wiederholung ist unschön so einmal das Signal holen moderne Variante und wir haben hier auch noch das Original holen pass mal auf mega nice dass sie das noch mit drin hatten so bremse erstmal elektrisch bis zu einer gewissen Geschwindigkeit aus wir machen eine Notbremse dann mechanisch und collectible kleine Drachis so süß so da machen wir mal kurz die Tür mit auf und schauen sie mal ganz kurz das Collector Plan hier die sind hier verteilt auf der Strecke diese kleine Drachis da also ja gut Drache Drache mit Fantasie ist eher so ein Dino keine Dinos es gibt auch diese Class 4 Act 4 im Dino Design die werden wir vermutlich später auf der Strecke noch sehen aber ich dachte jetzt hier mal für das Rape fahren wir mit der Original lackierung so wie es halt kommt wenn man es kauft süß 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 grundsätzlich hat sich auf der Strecke nicht sehr viel getan einerseits also primär ein bisschen Refurbishment hier bei den Bahnsteigen Right Pier das zweite Gleis ist jetzt wieder aktiv in Verwendung und der Pier selber hat reichten Update gekriegt und bin mir sogar nicht sicher wie die eine Station da heißt es kommt dann eine da ist das zweite Gleis eingezogen worden da wollen wir gleich sehen so Abfahrt machen wir ein schnelleres anfahren hier von innen bis auf die Zielgeschwindigkeit ne wie gesagt der Grundton ist okay aber dass die Wiederholungen so klar zu hören sind das ist echt nicht gut also Revit Games da müsste noch was machen der Sound ist nicht okay das 3D Modell ist wirklich schön wirklich toll gemacht aber der Sound da gibt es Abzug und 15 für die Weiche so dann war schon das erste Community sein wollen wir uns dann gleich mal ein bisschen näher angucken vielleicht eh sogar so ich bin nicht gebremst ist noch schick Transport vorbei ist hat auch was das Landgelände an den original D-Stock Library ah was ist D-Stock London Underground Library mit dem schönen rot ich hätte schon ein bisschen schneller reinfahren können jetzt gerade ein bisschen laut langsam aber egal ist ja nur ein Test so was ich jetzt mal machen will ist mal kurz die Notbremse reinhauen gibt keinen besonderen Effekt also ich müsste jetzt ein Gauge sein ja Notbremse ok ich kriege es jetzt auch gerade wieder gelöst und wir haben ein rotes Signal kommt vermutlich gleich mein Kollege entgegen ich muss bei mir mal ganz kurz was umbauen ich bin gleich wieder bei euch sodala da bin ich auch wieder bin mir gerade wieder besser so werden wir hier auf die Freigabe warten schauen wir mal was wir hier noch so alles finden ah da kommt da kommt der Vorgänger vorbei sind wir noch bis Jänner 2021 gefahren oh das geben wir uns die Einfahrt ist jetzt blöd hier so würdet ihr doch nie in echt da stehen außerdem hinter der Linie bitte ja aber dann machen wir das von da moin Kollege gerne wir doch mal eine kleine Begrüßung ah ich mag die Pfeife die ist nice in dem Sinn alt trifft alt beziehungsweise unerneuert Network Scout äh South East jetzt nach wie vor rot hab ich da was doof gemacht in meiner Szenarioplanung jetzt muss ich mal ganz kurz gucken ist ja alles hier ein bisschen custom schauen wir mal ganz kurz also eigentlich ja da kommt der andere Kollege hier der sollte aber hier halten und mich vorbeilassen machen wir ganz kurz die Türen zu ich glaube es deswegen noch rot ist nö ist nach wie vor rot der kann nicht fahren weil da eine Kollege da nach hinten gefahren oh ich dachte schon ich dachte im Moment gedacht das wäre hier grün ok gut ich würde sagen gib dir mal kurz einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder ja Moment einmal du fährst? wie machst denn du das? ok ja ist unrealistisch aber ach ne bleibt da kurz stehen also Klo liebe Leute gib dir einen kleinen Cut hier so da 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 wären wir auch wieder ich hab mal ganz kurz den Service gelöscht und jetzt können wir wieder weiterfahren ich möchte noch gern mal einen Hochgeschwindigkeit Test machen sprich 60 mal ein paar Stunden um zu gucken ob wir dann über 45 noch ein anderes Soundfile haben dieser Effekt aber das machen wir erst nach dieser Weiche so ist hier noch ok aber die Beschleunigung nein 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 dort geht besser so gehen wir mal kurz zum Maximum Schwackes ja hier mal was anderes ja aber auch hier wenn er diese Wiederholung ah ne Jungs das geht wirklich besser das ist wirklich nicht so schön Geräusch auch hier wird lauter soll Geräusch so ist ganz ok beschleunigt ne so gehen wir wieder runter oh das war die Notbremse also Stufe 4 sind die Notbremse ja pfeifeln natürlich kurz hier schauen auf B0 Bmax Möchensie 2% Tmax achso ja klar hier die Stufen und nochmal pfeifen sehr gerne so jetzt kommen wir dann gleich zum nächsten Bahnhof das dürfte auch der sein wo sie das zweite Gleis eingezogen haben ich mach mal wieder runter hier ja gut perfekt oh da trifft so und die Generationen ist eigentlich eine mega witzige Geschichte dass hier auf der Isle of Wight diese alten London Underground Rolling Stokes da nutzen jetzt kommt von mir noch ein ich bin mir gar nicht sicher was schon erwähnt aber es kommt von mir noch ein Video wo ich bei der Isle of Wight hier alle Collectibles mir hole das wird nach diesem Video rauskommen das ist dann auf der Ursprungskarte und da sieht man dann auch ganz gut diesen Bahnsteig wie er quasi ein bisschen verweist ist weil hier das Gleis gab es nicht und der Bahnsteig wurde einfach nicht mehr verwendet das ist jetzt neu dass man hier wieder halten kann aber grundsätzlich hat sich nicht sehr viel geändert und auch hier das oh mein Gott das ist ja das ist ja hier detailliert hier innen drin cool mit dem Original Board hier drin ist ja nice ok Moment nochmal dann gab es aber hier mehrere Gleise also je nach der lebende Breitscheid gab es dann hier noch eins mit so Abstelldinger und danach wenn ich das jetzt richtig sehe das wäre ja dann ja das wäre dann hier so gewesen in dem Bereich müssen wir ganz kurz gucken ja dritter Bahnsteig hier mit einer Verbindung und hier nochmal raus das war alles hier so interessant ok das finde ich jetzt mega cool dass man das hier drin sieht aber ich denke mal in echt wird das nicht mehr oh mein Gott hier ist ein Dino Collectible hier drin kann ich hier reingehen ok ne Moment Leute müssen wir ganz kurz unseren Service anhalten ähm das glaube ich war der Button open halt hallo ich muss mir ganz kurz das Stellwerk angucken da muss ich jetzt rein ach so das ist die Rampe dann für die für die Warschen oh mein Gott wie cool ich kann hier reingehen dann hole ich mir auch gleich mal dich die du Spielzeuge ah ist ja mega geil ich muss da mal im Internet nachgucken ob das wirklich noch angeschlossen ist oder nicht aber gab es mir nicht wird vermutlich alles voll elektronisch jetzt hier sein hm außer der Heritage Trust der hier auf der Insel unterwegs ist betreibt das nice ich muss mal kurz schauen Branch to Main Home 16 und 17 setzen ihr ich habe es da 20 17 15 17 20 ist gestellt 15 17 20 was werden das 15 dann mal die Branch starting wo ist 17 13 11 20 18 17 Branch Home Branch to Main Home das wäre 16 und 17 okay also nur zur Erklärung ich glaube das dürfte hier gleich sein wie bei uns du hast hier quasi die die Fahrwege die du legst und dann hast du hier unten die die Weichen die du dafür legen musst mit der Nummerierung und die hier das sind die Weichen Nummer 15 17 20 frag mich warum die schwarz hier sind aber der sagt dir quasi an welche Weichen du vorab stellen musst bevor du dann hier den Fahrweg dann machst äh freigibst und das ist es äh Vorsignal hier gleich auf der anderen Seite interessant und da sieht man hier nochmal die Nummerierung woher was ist da 17 14 wo ist jetzt 2 mal 14 18 19 20 cool ah das glaube ich schauen wir uns an das mal wir fahren jetzt erstmal weiter ach ich liebe solche Sachen äh hier kommt kein Zug so sorry Leute da hat man ganz kurz was angucken müssen ah zu geht zu so da da abfahrt aber dieses Dauerzischen kann doch auch nicht normal sein oder also wenn die bremsaum gelegt ist hier auf der Seite gab es dann ich muss immer historische Aufnahmen von der Strecke hier ich meine das Strecknetz auf der Eilaufweite war früher riesig das was ja jetzt noch da ist das ist ja nur so ein Mini-Überbleibsel wenn ich da noch wenn ich da noch das YouTube Video finde wo sie da auf die History von der Eilaufweite eingehen auf bezüglich der Eisenbahn dann werde ich das verlinken schaut euch das unbedingt an ha vermutlich ha 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 vermutlich habe ich das in dem Video schon gesagt und reingetan von der Eilaufweite mit den ganzen Collectibles schaue ich erstmal da zuerst rein Doppelgebobelt Doppelgebobelt so gehen wir uns jetzt nochmal von außen so gehen wir uns jetzt nochmal von außen oh ist zu schnell es ist noch ein bisschen speziell die Lok beziehungsweise den Triebwagen hier mit dem Radriver zu fahren weil der Nullpunkt ist super klein ist sofort drin wieder im Beschleunigen beziehungsweise beim Bremsen nicht sehr geil zu fahren aber das tut jetzt eigentlich ganz gut mit dem Multihebel den Radriver nutze ich dann für die Türsteuerung so tadaa White St. John's Road Bahnsteig 1 nächster Halt vorletzter Halt vor dem Pier ich bin nicht sicher aber ich glaube auch diese Masten sind hier neu ich kann mich nicht daran erinnern dass es bei der Urversion mit dabei gewesen ist ich bin nicht sicher in der ist schon eine schöne strecke aber nicht lang und nicht unglaublich aus aber es ist echt historisch in der reise sehen war ja von einer bebe ist dann zwischen 20 minuten und 30 minuten unterwegs sind alle kommen wieder fünf mit 1 ist spät am abend 3 oder 4 sind es, wo irgendwie das Wetter ständig regnerisch ist. Ich weiß nicht, warum sie das machen. Wenn sie ein bisschen mehr schön Winter zusammen gehabt haben. Aber es sind so Recovery-Missionen mit dabei. Und irgendwo ankuppeln und wieder zurückbringen und solche Sachen. Ich habe sie, eins habe ich mal ganz kurz angespielt. Aber ja, es ist nichts Spezielles. Was jetzt noch nice wäre von Bivid Games, ist, wenn sie da hier die historische Linie noch machen, dass man immer der Dampflok hier noch fahren kann. Die erste Dampflok haben wir ja schon jetzt. Also dürfte es ja nicht ganz so schwer sein, da den zweiten Dampflok reinzumachen. Insofern, die DG, beziehungsweise das eigentliche Entwicklerstudio hinter der Dampflok, ist, wenn sie da die Ressourcen freigeben, für die Situation war da eine Steam-Löcke. Denn hier haben wir die historische Linie. Leider nicht mehr angeschlossen an hier an die Hauptlinie. Und ich meinte, sie haben sogar den vorherigen Triebwagen einen Gold. Den jetzt mal sicher aufarbeiten. Fällt jetzt gerade den Umbau nicht ein. Also das Ninety-Förde-Eight-Stock, glaube ich, war das. Oder Sixty-Eight. Na, Förde-Eight, glaube ich, war das. Immer jetzt, ich müsste jetzt nachholen. Und da haben wir das Rangiergleis fürs Dippel. Das ist jetzt der vorletzte Halt. Ja, doch. Kommt nochmal der Halt kurz vor dem Pier. Und dann auf dem Pier. Station eigentlich soweit auch unverändert, außer dass ich jetzt hier wieder alle drei Bahnsteige nutze. Wunderbar. Und dann gehen wir mal ganz kurz nach draußen. Also den Bahnsteig werden sie vermutlich nutzen, wenn sie in der Früh hier losfahren. Sind es denn halt die zwei hier primär. Beziehungsweise es gibt Services, die von der Richtung hier reinfahren. Und dann auf den zweiten Bahnsteig beim Pier hier fahren. Denn von dem Gleis kommst du nicht auf das. Die einzige Weiche, die später kommt, die geht dann so rum. Werden wir gleich sehen. Ja, hier alles wie gewohnt. Die zwei Shads hier. Das Wartungskreis da. Bist du auch... Ja, schade. Da haben sie wohl nicht rein dürfen hier. Vorhin geht zu. Ah, warte mal. Bus. Ja, ein bisschen minimalistisch hier. Aber, ja. Das ist nur die Kurs für draußen. So, da. Abfahrt. Bin ich mal gespannt auf die Tunnel-Clearance. Was wir jetzt hier mit den D78-Sock haben. Ah, ich bin jetzt so. So gern die Klima anmachen. Weil dann Let's Play. Also fürs Mikrofon kacke. Aber ich bin hier dezent am sterben mit der Hitze. Das ist echt furchtbar. Ich hätte gern wieder Winter. So, da. Ja, da haben wir auf den Tunnel. Wie viel Luft hat's da noch nach oben? Ja, nicht allzu viel. Aber hat da ganz gut Platz. Da kann man ein bisschen knackeln hier drin. Da kann ich eigentlich lichttechnisch noch ein bisschen... Na ja, das ist schon die höchste Einstellung hier drin. Ja. Schade. Mal ganz kurz umschalten. So, na, nicht der Schluss. Nacht. Ne. Ja, das ist das Maximale, was lichttechnisch hier geht. Und das ist die Weiche, von der ich geredet habe. Ich hoffe, sie hat sogar das Film und Kraft hier hingestellt. Nice. Cool. Dann, äh, bei Kamerner. Wie gesagt, das Gleis wird jetzt wieder befahren. Der zweite Bahnsteig hier ist nach wie vor disused, so wie es aussieht. Da passiert nix mehr. Na, das habe ich sogar noch alt gelassen hier. Das ist hier auf der Seite... Na, auch genauso. Okay. VFP. Please mind the gap. Obwohl, schatzt, aus hier mit... Ist das ein Collectible hier? Einfach mal so? Sieht aber schön aus. Will ich mir sofort holen. So, nochmal... Ah. Leute. Gibt es bestimmt wieder was zum Sammeln hier drin. Ah, da ist er ja. Der nächste Guido. Und beim ersten Wann, wo ich mir alle Sammelobjekte geholt habe, gab es zumindest auf dem Pier doch einige Objekte zum Sammeln. Und eins war besonders fies, das ist recht weit draußen auf dem Parkplatz gewesen. Und das ist ein Platz, wo du normalerweise nicht hingehen würdest, wenn du ganz normal hier auf der Strecke unterwegs bist. Ich glaube, das war so ein Fotoapparat, der hier ganz bei der Strasse gestanden ist. Ist grafisch jetzt schon ein schönes Spiel, aber die Nachteile sind halt schon nicht wenig im Vergleich zu jetzt TS-Klassik. Wunderbar. Ja, ähm, wir schauen uns mal kurz in der freien Kammer hier eine zweite Plattform an. Also die ist jetzt in Use. Ich weiß nicht, warum das hier upgated ist. Aber ja, das war erstmal die Isle of Wight. Und ich würde sagen, es gibt jetzt noch einen ganz kleinen Bonus. Ich glaube, wir fahren jetzt mal eine echte U-Bahn-Strecke. Mit der Klass und dann auch mit London Underground Livery. Schauen wir, wie das so ist. Also, kleiner Schnitt und bis gleich. So, liebe Leute, da wären wir jetzt hier auf der Bakerloo-Line. Und da haben wir hier das Original-Livery vom DSM-Direct-Stock. Mit dem Rot-Weiß-Blau. Und da haben wir hier auf der... Oh, da ist ja zu viele Leute. Da, Underground-Logo. Passt hier nicht wirklich rein, aber schauen wir doch mal, wie das so ist, mit dem hier auf einer echten U-Bahn-Strecke zu fahren. Oh, jetzt komme ich nicht mehr rein, oder was? Echt jetzt? Nein! Jetzt bin ich ausgestiegen und komme nicht mehr rein. Ah doch, hier. Nice. Gut, dann machen wir hier mal die Türen zu. Äh, so. Rechts mal kurz freigeben. Und machen hier mal einen Quick-Start. Ah. Oder wir fliegen hier im Zimmer. Na? Wird es nicht freigeben, Gott? Okay. Egal. Dann diesmal. Erstmal. Aber ich glaube, wir sind eigentlich ein bisschen zu groß hier für die Bakerloo-Line. Ja. Ja. Als Garntett-Clipping hier. Wo man nach draußen sinken könnte. Hm. Ich dachte wirklich, die Tunnel wären hier ein bisschen größer. Ich glaube, ich würde mir so stehen bleiben, dass wir so ein bisschen im Tunnel drin stehen. Ich würde mal ganz kurz angucken. Einmal Notbremse. Mars. Jetzt sind wir vermutlich wieder draußen gefahren. Äh, Moment. Machen wir hier kurz die Tür auf. Nein. Das ist dämlich. Warum habe ich hier die Option, wenn ich hier vorbeischau? Hitbox. Falsch gemacht hier. Ah, da. Gerade noch geschafft. Ja. So ein ganz klein wenig zu groß, würde ich sagen. Nur so ein bisschen. Gott sei Dank. Ich habe keine kollisioner Abfrage. Ah ja. Aber ich habe gedacht, ich probiere es trotzdem auf. Aber das ist durch BM5. Das kann doch nicht echt so sein, oder? Nur weil jetzt hier die... Wo kann ich nicht, was weiß ich das. Sind die besten in der West. London, der Musical. Ich nehme den Session. Ah, Season. Entschuldigung. Okay. Wir sind ja bei Deftima Session. Show-Toned Channel Protection. Ist das eine echte Werbung? Ich weiß, dass ich die nämlich geaktiviert habe. Okay. Mal ganz kurz gucken hier. Ich glaube, das ist wirklich echte Werbung. Ja, das ist vielleicht jetzt nicht so gerade. Türobox Storage. Das ist echte Werbung. Stay in the game if it's less mess next. Mind popping Pringles. Ja, doch. Jetzt sehe ich die auch mal. Okay. Black Web Fun. Heavy Guitar Bass Rock. Irgendwie cool. Ich weiß noch nicht, ob ich das anlasse oder wieder abschalte. Gehen wir mal auf den anderen Bahnsteig. Geht's hier? Ne, hier geht's. Ich bin hier irgendwie... Da vielleicht? Cool. Da habe ich gerade mein Collectible. Ähm. Alpha Code 1 0. The Explosive is restoring for Petrol. Was... Alpha show was an enemy server. Okay. Patched of Lady. A good place to connect. Interesting. Double Decker Time Machine 2. Time is action adventure. Okay. Das würde ich mir jetzt mal anschauen. Das fing das an. Und hier ist der Sound auch wieder mega laut. Nö, also... Jungs, ihr müsst dann noch ein bisschen arbeiten an der Class. Was? No smoking. Aber grundsätzlich okay. Ja, also wenn ihr so U-Bahn-Fan seid. Generell von der London Tube. Holt's euch das. Nicht wegen der Strecke. Die Strecke ist jetzt... Ja. Ist okay. Aber ist halt nichts Neues. Also. Wer schon das erste Isle of Wight hat. Und jetzt der D78-Zug nicht so interessant findet. Dann holt's euch das nicht. Aber ansonsten... Holt's euch das. Weil dann habt ihr ja auf der U-Bahn-Strecke ein bisschen Freiheit hier. Ihr könnt auch hier zumindest draußen ein bisschen rumfahren. Das wäre noch... Halbwegs realistisch. Zumindest die Endstation. Da ist der D78-Zug hier reingefahren. Aber nicht hier in den Tunnel rein. Joa. Hoffe ihr euch gefallen. War ein bisschen chaotisch. Wie immer bei mir. Und ja. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.